Die haben sich da oben nämlich schön vercampt gehabt, ein Spion und ein Inchi, die hätten sich gegenseitig Munition gegeben und dann uns an... Ach du Scheiße, das hat nicht gelangt, Mann. Bin ich behindert? Boah, fuck nicht. K.O. TV ist da oben auf dem Berg, deswegen schaffen wir die nicht weg. Ich bin jetzt hinter Ihnen. Ah, okay, jetzt. Ich war gerade im Menü, aber ich kann ja von selbst aus nicht da rein. Nein, du kannst nicht runter. Du bist gerade in der Aufnahme, ey. Unser Raum, unser Ding. Meins. Unser YouTube-Raum. Was heißt deins? Unsers. Unsers. Wo der McRider ist? Nicht irgendwo vor uns, oder direkt da. Da, was können wir mal mit dem Kopfsprung rein? Ja, geh in Deckung, mein Freund. Du Idiot. Waaah, nein. Wir sind das Idioten hier oben nur. Nüsst, die kann ich nicht unternehmen. Nur um Stecker ein, komm ich mal kurz nach dem Berg. Boah, jetzt kommt schon wieder ein, ey. Aber alle mit dieser T9 ACGV-Bände, der war noch nassig. Also, ich hab da oben gecleared. Das Beste war jetzt eine Max. Ach, schau, nach, nach. Die bückt sich, weil ich C4 gelegt hab, und dann bückt sie sich direkt neben meinen C4. So, jetzt such ich mal unseren Spion hier oben, wo sich da immer noch irgendwo einkämmt. Was ist mit dir, mein Freund? Lebst du noch, ne? Du bist dort. Ja. Komm, der ist auch weg. So. Aua. Checksteine, ja, wir fahren mal ab. Jawoll, der Enschi ist auch weg. Fuck. Ein paar viele Maggie ist da. Und der Spion ist auch weg, dein Freund Sven, hab ich auch geholt. Siehste, hat sich doch gelohnt, dass ich allein da hoch bin. Ich hab jetzt den ganzen Berg allein gecleared. Wow. Ich weiß ja nicht, von welchem Berg er redet, gegenüber. Je nach der anderen Seite, ja. Broken Arch, ja. Schade, das war ein guter, den hätt ich gerne noch geholt. Die haben sich da oben nämlich schön verkämmt gehabt, ein Spion und ein Inschi. Die hätten sich gegenseitig Munition gegeben, wo ihn dann auch so ordentlich... Boah, fickt euch da, mein Mann. Batscher, Batscher. Ja, batscher. Schade, hast du nur bekommen? Nein, ich hab euch schon mal süßt. Was schießt denn da hinten noch? Ja, und die Fahrzeugabwehr, schade, schade. Oh, da ist noch was. Lasst doch den Dinger in Ruhe, mach ich doch schon. Boah, du bist doch ein Idiot mit dem Lightning. Oh, ich hab's nicht geschenkt. Mal das Schlack als erstes. Ah, ups. Okay. Ich hab' jetzt das Treff. Jetzt ist bei mir aus dem R Inner Ring Bereich. Aber ich krieg's auch nicht. Na, wir haben dasắm, was weiß ich uns. Also, das Ding ist um... Oh, er hat sich selber mit in den Glove gejagt. Oh, hinter uns sind sie jetzt halt wieder. Aber hinter uns stand doch eigentlich ein Sunny mit Leuten, ey. Ja, das ist... Ja, ich reagiere da gar nicht mehr, da könnte ich mich da erst mal aufregen. Das ist mal die letzte Scheiße. Jumbo, ganz ruhig. Ja? Da bin ich ja, ich reg mich nicht auf. Ich reg mich nicht auf. Jetzt sind die wieder am Abhunk dran. Ja, super, da kannst du ja nicht mal in seinem Terminal hochklatschen, ja. Hier los, ja. Ja, die haben alle hier oben rechts ein Werk. Oh, Mann, hey, die Inchi-Waffe, wenn ich da an die Sanitäterwaffe denke, da rassiere ich die alle mit ab, aber mit dieser Standard-Inchi-Waffe. Scheiß, wo ist er? Ich hab ihn gehört, ich hab den Tarn gehört, nein! Da ist er. Was, noch ne Mix drin, Achtung. Ja, hab ich Respekt registriert, und dann kommt von der Seite auch noch. Ja, schmeiß mal die in die Waffe rein. Ja, Jungs, ihr habt heute einfach keine Schnitte. Die kommen von hinten. Oh, Lick. Ganz viele von hinten. Natürlich. Seid ihr eigentlich auch bei Tava- äh, bei Broken Archer? Ja. Gott. Die kommen überall gleich von hinten. Ja, da kommen nicht mehr mehr aus dem Spawn-Room raus. Ach so, wo haben sie uns jetzt denn so eingekämmt? Was ist denn das da hinten? So, ich brauch unbedingt ne andere Waffe für den Inchi, ich werd noch verrückt sonst, ne? Hm, was probier ich denn heute aus? Blitz. Ja, die hab ich ja. Ja, aber die kannst du auch auf dem Inchi benutzen. Ja, aber auf die Entfernungen brauchst du ja was, was zwischendrin ist. Ich sag ja, am liebsten hätte ich diese Sanitäter-Waffe, die würde ich mir überall drauf machen. Welche? Die G22? Ne, ne, die Standard-Sanitäter-Waffe. Was ist denn das, das NC1-Scouse-Gewehr? Ja, ist das. Das ist nur Standard-Waffengurt. Die NC1-Scouse-Gewehr. Die NC1-Scouse-Gewehr ist aber nicht schlecht. Ja, hab ich noch. Die Mäste. Was hab ich jetzt gehabt für eine Killstweak? Achter Killstweak, also ich will jetzt nichts hören, Jungs, ne? Achter Killstweak, das wäre jetzt, glaub ich, mein Rekordneil in der Aufnahme. Krass. Krass. Nur durch den Berg-Clean. 17 Surts gemacht dadurch. Ach, das war jetzt wirklich cool. Achter Killstweak? Pssst. Hat mich wieder ins Positive katapultiert. Ich hab einfach schon zu lange wieder keine Blendezeit mehr gespielt. Ich hab grad richtig Probleme. Ich mach zwar noch so meine Kills und halt mich kurz vor Positiv die ganze Zeit, aber halt nur kurz davor, ne? Ja, manchmal läuft's halt so. Ja, läuft halt nicht. Eineinhalb Wochen. Manchmal läuft's dann gar nicht. Dann wieder zwei Wochen lang nicht weg und danach wird's richtig schrecklich, glaub ich. Ah, also ihr Käpt'n ziemlich hart im Abwand. What the fuck, ein shit. Ein shit, ja, das ist wirklich ein großer Shit. Wie vor haben wir denn? Ja, wir haben noch ein bisschen. Also die Stunde mach ich noch, die 20 Minuten, aber da muss ich echt gehen. Ups. Also ich schaff's nicht den Alarm zu spielen. Sorry. Das geht wieder nicht. Aber wir haben ja dann Folgen genug. So, dann probieren wir mal diese Bandit aus. Was? Hat einer von euch die? Wenn dann... Nope. Ah, er 4. Da kommen die verwecken schon wieder alle nicht. Ja, das ist... Ja, fuck. Der Klassiker. Der Klassiker, sie stimmt. Das ist halt echt. Die sind auf Leute. 8.19 Kugeln in Folge und da kommt ein Schuss von irgendwann auf der Seite und der Krieg Dinkel. Tja, das ist bitter. Die ganze Zeit, die sehr hundert für Lusthilfen da. Wo du weißt, der wär so gut wie tot gewesen. Oder 20 oder so? Ja. Was richtig abfuckt? Ja, wir brauchen eine Panzerblockade jetzt. Oh. Wir verlieren Scarlet Mesa. Hm. Wenn's die Frage ist, sollen wir mit der Krohn noch einnehmen? Auch wenn das so unheimlich viele Leute stehen da oben sind. Wobei die sind abgeschnitten. Ja, ne. Krohn brauchen wir nicht. Ich denk, Scarlet Mesa braucht hier eher Hilfe. Scarlet Mesa! Jawoll, die sind gute. Nein, die Base wird dir nicht gefallen, Futur. Das ist nämlich jetzt ein KD-Killer. Weil... Ja, und ich hab immer KD-Killer. Ja. Komm, davon, wie viel die da in der Luft haben. Hier. Hier Skites. Zwei Gels. Eine Lipp. Das ist natürlich ein bisschen frustriant. Und bei einer Mude... Hast du einen entsperrt? Ja, wir gehen nicht nach Haus hin. Dann kannst du die Milch. Nee. Hast du das aber... Oh, die haben mir... Also das Blöde an der Sache ist, einfach mir zu wenig Zeit. Soll ich wirklich noch einen Flak nehmen? Hab ich schon genommen. Du hast einen Flak? Ja. Nee, keine Chance, kann ich vergessen. Jetzt hab ich's genommen. Jetzt wird ja hier die Galaxy damit getrocknet. Ja, versuch's. Ich nehm aber auch jetzt... Ich nehm aber auch jetzt... Oh Gott. Jetzt komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Zulog Jumbo, schneller. Die Rechte. Scheiße, die haben... Das sind zwei Repair. Die Repair. Die Repair. Die Repair. Die Repair. Von Region Rock aus jetzt, äh... Panzer zu... Ich krieg die noch nicht mal runter, ha? Die Brücke zu machen. Doch, eine brennt schon, oder nicht? Ne, ne. Das ist das unheimliche Feuer, das wir da drauf setzen. Ich geh mal kurz raus. Oh je, oh je. So, jetzt zwei Schuss gemacht und dann ist Munition leer. Huh. Wann das? Ja. Das kannst du mal in die Vorbereits? Oder lebst du noch? Das ist natürlich jetzt ganz schön peinlich, ja. Ne. Ich bin auch ganz freundlich raus. Hier. Ich komm auch auf die Mars. Ab. Scheiße. Schade um die Basis, ha. Ist so gut zu halten, ha. Ja, so kommst du meinst. Na. Ja, ich komm. Ich nehm mal das innen Schießiger. Was. Was wollen wir machen, wieder ein Gegner? Ja, wir müssen die Brücke zumachen. Aktuell führen wir den Alarm nach unten, wir kriegen Crown, das heißt eigentlich müssen wir nur eine Defensive halten. Verteidigen, ja. Das heißt wir müssen die Brücke abriegeln. Ich bin da. Ja, ich kann mir grad nichts leisten. Ja, die Max hat uns jetzt zehn ab. Ja, wir haben heilige Kosten eigentlich.